Derby-Time gegen die Bohemians. Ich glaube, das müsste dann das letzte Mal das Derby sein für die ES-Saison. Also ich zeige es dir schnell mal. Pokalergebnisse, DFB, wo haben wir? Hertha gegen Bayern und Rot-Weiß Oberhausen gegen Preußen Münster. Oha, guckt er in der Leer League. Lyon gegen Le Mans. Und hier Laus gegen Bordeaux und Romartin gegen Lyon. Finisher-Koppio gegen Pietasari und Tampere gegen Wanta. Okay, die Wiederholungspiele sind es noch nicht gewesen, weil mittlerweile sind die anderen Spiele ausgegangen. So, dann schauen wir mal. Oh, Semmschoff. Igor Semmschoff läuft auch aus, der Vertrag. Ich, ja, Hilfe. Ich will hier. Fertig. So. Ja, nur drei Spiele. Kiri ist wieder fit. Nice. Spatterparker, den besten Zuschauer, steht vor Tabliche und Liberex. Wie lange fällst du denn aus? Oh, bis Ende dieser Session. Ja, das ist natürlich jetzt, äh, so ärgerlich, dass es jetzt ist. Also, dass das HZ-Kabel wieder nach vorne rückt. Oder rollt. Oder wie auch immer. Tuloran ist bald wieder fit. Ja, da kommt das mal hier. So. Hierin. Für Ross. Äh, nein. So rum. Bitte, danke. So rum. Und... Baker, so rum. Und... Erstmal Sirenen. Birn kommt wieder mit. Also der, dieser Birn. Elf B-Kampf hat den ja noch nicht geschult, ne? Wacker, Tirol, FC Wacker, Turin, Innsbruck gegen Löwen. Pahrendorf gegen Herold Admira Wacker, Berlin. Okay. Christoph Ratajczek. Kennt man aber auch noch irgendwo, ne? Warte, endlich. Sigurd Raschfeld. Ruschfeld. Das ist ein anderer Ratajczek. Es gab auch noch den Teutakiratajczek, aber es gab noch einen zweiten. Okay, jetzt sind schon hier beide raus. Rapid Wien in der dritten Runde. Und Austria Wien auch. Wow, okay. Ein Kufstein ist rapid rausgeflogen. Warte, nicht der Trainer, aber Gott sei Dank. Dies war Dietmar Kübauer, dass das auch noch gepasst hatte. Ein Kuf. So eine Kuh-Kuf. War der nicht so? Güptel Belgique. Anderlecht gegen Westerloch. Bleibt es eigentlich beim Club oder kommt der Wechsel? Ich glaube, wir machen mit Steven halt nur das zweite Jahr wegen Internationalität. Aber nur im Sinne von, also für höhere Aufgaben dann zu empfehlen. Und dass man dann vielleicht Angebote von XY bekommt. Ja, das heißt weiter ohne Wappen. Ja, ich weiß. Oh, das Derby. Ich glaube, das müsste das letzte Mal das Derby sein. Dann gegen die Bohemiens. Kali Heery. Hey, die haben auch einen Heery. Hey, die haben auch einen Heery. McNally. Ja, McNally. Hawkins, Coughlin, Lane, Caffrey, Hawkins, Hunt, Ryan, Crowe und Keegan. Boah, schon wieder keiner dabei. Es ist doch nicht... Ah, hier steht die Info-Meldung, ne? Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht. Oder nein. U21. Paul McShane. Später nochmal versuchen. Okay, der wäre interessant. So einfach, ne? Müssen wir nochmal schauen. VfL Bochum hat einen Clayton Carlton. Aber, ja. Wir spielen ja ohne Außen mit Wettspielen. Okay, selbst Kameran bietet keine U21 an. Krass. Kroatien. Kroatien. Domizaronia. Wunsche. 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 Dann vergeht es. Wunsche. Dann gehen wir rein ins letzte, glaube ich, Derby gegen die Bohemiens. Was? Also zumindest hatte ich das so vor, dass man dann noch ein zweites Jahr mit Steven bleibt und dann schauen wir mal. Außer jetzt kommt das über krasse Angebot, wo man sagt, oh mein Gott. Leichte Bewirkung. 3049 Zuschauer. 521 von uns dabei. 3447. 12 Pfund. Und gib ihm. Andrew Morrison. Und dann wäre es tatsächlich so, passt es dann zu Steven oder passt es dann nicht? Also, ne. Steven geht halt nicht jetzt irgendwo hin, wo Steven sagt, hey, das passt nicht. 16 Minuten, nichts los. Im Derby. 21 Uhr. Oha. Jetzt 24 Minuten. Fairland. Cahill. Schieß. Glanzberater. Kelly. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Jason, nicht aufgeben. Okay. Zweiteilzeit. Oh man. Oh man, kommt schon Hockens. Oh man. Und Baker sieht gelb. Ihr sollt nicht ordentlich so drauf gehen, dass ihr gelb seht. Baker jetzt, aber oh man, liegt dazwischen. Jason Behan, aber Corklein wäre auch dazwischen gegangen. Andrew Marzen feuert die Fans an, oder heizt die Fans an. Leicester kommt für Ryan. Björn kommt für Baker und Kinsella kommt für Björn wiederum. So. Und Iconor. Ja komm, Iconor bleibt diesmal draußen. Ich seh grad, dass ich einen leichten Schattenwurf. Ist das Gelb im Hintergrund fast so wie das Ausfallstück? Gelb. Red Shubka gelb. Okay, Bled kommt für Harkin, das heißt, jetzt kommt er doch ein Erkona für Ratschupka, so. Jetzt 74, du kennst den Lamp, was du nicht erzählst, vielleicht haben wir geschickt haben, viele Fälle Bion und, ah, keiner hat aufgepasst, 75, der Erkona schickt am 50er Ball, der geschickt hat auf Bion, der schickt Fili, aber der schießt vorbei. Luis auf Corklin, Corklin, äh, auf Filiens oben und Corklin liegt, Fili und dadurch Elfmeter. Und Castillo Fernandes hat die Chance, alles klar zu machen. Placiert in die Ecke, Goal, Castillo Fernandes. 15. Saisontor. Stößt sich beiseite, äh, Schiri informieren. Haha, nein, Anteidlichkeit. Oh man, und da denkt sich jetzt so, oh man, Fili, Kinsella, aber Cali hat aufgepasst. Ich wäre ja auch noch schön, ne, wenn jetzt Kinsella oder das erste ist, so ein Torwart. Verändern, Kinsella, ah, schade, da wäre es fast gewesen. Nochmal 2, 19. Saisontor, Fili, 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 Unterkern, Latte, Castillo Fernandes, Goal, von Annes, Castillo Fernandes. Gerade aus dem Lippertor. Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Joa, ne? Oh, ich sehe ein hohes Ergebnis. Oh, ich sehe ein hohes Ergebnis, was diesmal sogar unser höchstes Ergebnis toppt. Sogar zwei hohe Ergebnisse. Und die Dabern, die Ergebnisse. Druggedag gewinnt bei St. Patrick's 3 zu 1. Galway gewinnt 3 zu 0 bei Waterford. Kork unterliegt Derry 7 zu 1. Autsch, viel Kork. Und wir gewinnen 3 zu 0. Das Derby gegen die Borevians und Bray unterliegt wieder um 5 zu 0 Dublin. Also dem normalen Dublin. Ich glaube FC Dublin, heißen die, nicht UCD. Das ist nämlich so ein alter Verein, der, ich glaube, UCD noch nicht so in der Art existierend macht. Oder vielleicht ist UCD aus FC Dublin gegründet worden. Ich weiß es nicht, ganz genau. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen verwechselt. Aber ja. Sieht doch ganz gut aus. Was hat die Juppel in der League? Oh. Vier Teams können noch Meister, fünf Teams bis sechs Teams können noch Meister. Weil alle, schätze ich mal, mit 40 Kämpfen um die Meisterschaft. Angefangen von Westerloh als Sechster bis nach Brücke, die jetzt einmal durch die Tabellenfung haben. Und Zerkle ist vorletzter und Eupen ist nicht, nicht, letzter. Aber ja. Äh, dann liegt Dö. So zu wachen. Gank hat immer noch sehr viel Rückstand. Gank hat noch acht Spiele Zeit. Acht Punkte. Also eigentlich rechnerisch. Ja, möglich, aber ne. Die müssen erstmal in Vierton. Two Beats und eben so zu wachen. Es ist vorbei. Dynamik führt Burnby. Zweite Liga Horsens. Haben die den eigentlich noch? Nein. Wo ist der eigentlich hingegangen? Kolja Afrije. Afrije. United immer noch erster. Oh Mann. Und immer noch zuerst zwei Niederlagen. Oxford 17er. Stimmt, aber mal gucken. Sammy Aguil. 8,9. Powerbaum. So eine Außen-Mitte-Feldspiele. Okay, da hat sogar kaum was gekostet, aber trotzdem. Spielt Big Shoes jetzt echt als Innenverteidiger? Oder der spielt so gut kaum noch? Was machen die denn? Und die haben sich den Merrick-Garner-Gold von Sky... Die haben sich den Roberto Reines-Pasto für 10.000... Die haben sich den geholt. Okay. Also sehr kurz als Außen-Mitte-Feldspieler, ne? 1,94. Besser im Gelb gesperrt. Und Poro... Ja, ist okay. Ja... 126 Spiele, das ist schon eine Menge. Und Stufi ist immer noch da. Und Tito... Und Crosby, äh... Ja... Die hat den Vertrag-Kollegert. Tito noch nicht. Wir sind leider zu unattraktiv. Schade. Schade, schade. Zwei von uns, Siri und Cahill. Geht jetzt los bei... Okay, also ich streame, meinst du? Oder jetzt qualifieren? Ja, Madrid gewinnt 5 zu 1 gegen Al Pacete. Kassier wird 20. 30 Spiele, 14 Tore. Ist doch schon mal okay. Ja, wir sind bei den letzten zwei Spielen. Hip and Iance und Done from Line im Pokal. Hoch. Wenn jetzt nämlich jetzt, wie gesagt, nur das Qualify-Netzern könnte... Ne, sind wir... Ja, müssten wir vielleicht pünktlich zum... Rauskommen zum Spiel. Weil wir müssen noch zum Rennen. So, wir müssen nämlich noch zwei machen. Wow, nach 5 Minuten ist es da. Krass. Gegen Waterford und gegen... Im Pokal, das Halbwiener, der gegen St. Patrick's. Mit3 auf plus... ... Vielen Dank.